so und die die um wir könnten zu warten für die Quest das Zauberwasser kaufen dazu sage ich nur ne das wird lange dauern weil man kann das Zauberwasser finden und die gar nicht nebenbei sowieso jetzt auf einmal und das Geld und die Frau das ist doch schön vielleicht passiert das ja dieser Traum als ich Zauberwasser finde und auf einmal spawnen ja nur diese Viecher ach ist das nicht herrlich komm Feuergeist du bist doch so ein süßer Feuergeistchen warum lässt du mich einfach so ein schönes Dings da fallen sowieso 55 schaden pesch attribute das die 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 das Schade, man sieht leider 8 Stunden, oder da, die nächsten Taktik, man sieht zufällig aber nicht. Die Dingsda, die Pächen. Oh nein, V. V. Haben Sie das 100% Zauberwasser dabei? Komm, so süß, auch so schön hoch. Natürlich nicht. Okay. Etwas Zauberwasser, etwas Zauberwasser, scheiße. Ich wollte mich gegen die Gäben. Boah, ich nicht gleiche, wenn ich ein Nicken sollte. Und dann wieder aufwache. Und dieser Part gibt es 10 Millionen Stunden lang. So ich trotzdem hochladen, weil das wäre witzig. Und weil ich weiß, dass ich nicht einschlafen werde, sondern nur mich aufregen werde und dann einfach nur... Begegert und durch mich gehen werde. Ja. So steht los. So. 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 Zauberwassel zum Zauberdassen. Mich interessiert dieses Stolperdings. Du musst es nur trocken lassen. Und wir wären beide glücklich. Wenn du es fallen lassen würde ich nicht. Ahhhh. Ich muss gerne. Es ist komisch. Einer von der Mannschaft geht kaputt. Warum habe ich keinen Dix da? Sauerberwasser. Tolles Transportiermittel. Schleimtropfen. Oh! Von hinten kommt. Er hat uns nicht gesehen weil wir von hinten kam. Natürlich hat er uns gesehen weil wir natürlich nicht von hinten gekommen sind. Ja. So sei es. Ja. und es hat das immer noch nicht getroffen das ist so richtig schön es werden es wird nur dreiteiliger der Fallgeist ist ganz stark vom Erstaunen aber es hat uns hat er sich verliebt in uns so Fallgeist aber ich will es nicht kaufen kaufen mir langweilig hab ich dich wohl ausgedrückt das ist sehr langweilig wenn ich sei nicht gleich kriegen und gleichzeitig leben kann und ich ich mich ummachen werde so es ist ein Lachskragenfisch du 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 ein Lachsack du 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 Lachs 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 sagt das war ein Lachs 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 und es war der Lachs Ohja. Lachsohja. Lachsohja. Ach, zwar wohl der Lachsohja. Oh, oh. Ja. Oh nein. Ich werde so schlecht schlafen, wenn ich mich so aufrege. Und nur träumen werde. Geh mir dieses Zauberwasser. Geh mir dieses Zauberwasser. Und ich wollte hier hinweg rein rein. Du bist zu hässlich. Aber ich heile mich, glaube ich. Attribute. Nein, verschiedene. Alle heilen. Hä? Mein Charakter kann doch auch das. Du, Viehchen. Du stehst genau in mir. Wenn ich weggehen würde. Danke. Und ich mich ja gleich mit dir in irgendwie Feuergästen anlegen. Und der gibt mir natürlich Zauberwasser, oder? Gibt mir Zauberwasser. Du bist dann ein braves Viech. Natürlich bist du kein Zauberwasser, weil du kein unbraves Viech bist. Was? Weil du kein braves Viech bist. Und dann... Wie viele Feuergäste muss ich noch ausrotten? Bis es euch hier gar nicht mehr gibt, oder was? Über drei. Eine Wahl im Maier soll. Ja, ich weiß, dass es total Maier so heißt, aber... Wenn ich wüsste, wie viele Pädie noch brauchen... Dann... 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 Dann werde ich lachen. Weil ich von dies, dass das so viele Pädie, die es ja auch gemacht habe, mit diesen Feuergeistern und anderen fucking Monster, die mir nicht Angst machen. Weil die irgendwie manche sogar sehr niedlich aussehen. Komm, du siehst mich doch schon so gerett an. Dass du dein Zauberwasser behalten willst und mich besiegen willst. Aber ich leider zu schnell bin. Und du Zauberwasserfallen nicht tun lässt. Boah, ey, so selten sind die jetzt auch wieder nicht. Niemals, das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass... Dass es immer noch nicht... ...gereichen hat. Dass du mir dieses... ...feuer als Zauberwasser gehen kannst. Das kannst du mir jetzt nicht sagen. Aber wenn es so sei, muss ich es wohl kaufen, aber ich will es nicht kaufen. Kaufen ist langweilig. Ach, egal. Dann, dann... ...zeige ich euch die Schatzkarten, wenn du in der Westen willst. Auch wenn es nicht traurig ist. 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 Zauberwasser. Zauberwasser. Ja. Was ist eigentlich wenig? Ich hab Zauberwasser. Hä? Wo ist Zauberwasser? Ähm. Achso. Dings hat es aufgesammelt. Zauberwasser? Zauberwasser. Juhl. Ich weiß nicht, was Transfer bedeutet. Schlaß es lieber. Ah, Transfer. Ah, so. Oh, Schlaß! Wow! Nicht mit waffen. Aber eigentlich ist es ein Item. Ein wichtiges Item. Warte, was kann ich denn das Item? Ne, 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 danke. Ich verzichte. Ich will dafür was anderes benutzen. Chimera. Benutzen, Engelsfälle. Okay, ist mir nichts. Ach, komm. Ich will den ganzen Weg nicht da und wieder zurücklaufen. Und weil ich sowieso das... Warte, ich wäre hier falsch, kann das sein. Oder bin ich hier richtig? Ach doch, ich bin hier richtig, hoffe ich. Ja, bin ich. Die krieg ich mir so schnell, wie möchte ich aus dem Weg gehen. So. Oh, bin ich zu dumm. Ja. Boah, das gemacht. Ja, okay. Warte, dann. So, dann seht ihr so... Gleich die Schatzkarte. So, das ist die Schatzkarte. Da, da, da. An diesen Orten müssen wir jetzt hin oder gucken, ob es wirklich stimmt. Warte. Ich hab's so ein bisschen runter. Ähm, so. Ach, fuck. Na. Ich hab... Opsala. Hat sich wohl das... So, okay. So. Nein. Nein. So, Bild. An... Ach. So. So, bleib's so. Die erste Schatzkarte wäre... ...wenn es stimmt. Hm. Und wenn ich sie nicht schon habe... Genau hier irgendwo. Auf dem... ...wenn ich's nicht schon gefunden hätte. Aber... ...könnte sein, dass ich sie habe. Oh, nee. Geklitzert auch nicht. Kann sein, dass ich schon aufgesammelt habe und ich's vergessen habe. Kann sein. Drei ist da. Und wie hoch komme ich da? Ich komme... ...nicht schon hier hoch. Und müsste ich diesen ganzen Weg... Kann sein, dass ich schon gefunden habe. Oder schon genommen habe. Kann sein. Vier wäre... Vier wäre... ...okay. So. Ach, fuck. So. So. Ach, so. Fuck. Wie ich die ganze Zeit auf die Videos gehe... ...soll ich nicht über die Quest machen? Ja, wäre glaube ich schlau. Egal. Ah. Bei der 134 komme ich noch nicht hin. Kann sein. Ja. Komm ich nur zu den... ...muss ich dann... Oh. 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 Boah. Wahrscheinlich. Habe ich schon eingesammelt. Boah, wie ich das hausse so. Oh. Hier müsste es theoretisch sein. Hier ist es aber nicht. Und ich habe... Oh, fuck. ganz anders, dass ich die auch schon habe. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, also gehe ich dann mal wieder... ...zum... ...zum... ...gepäck. Mal... ...beute. Benutzen. Stinksbrug. Liegen nach Stinksbrug. Wir gucken uns da an. Sechs... ...wäre... ...hier. ...hier. Soweit. So... so du bist ich hoffe es mit schatzkarten anders sein ja es kommt dann weil es so ist so kann sein dass ich mir auch schon aufgesammelt habe bezweifle ich kommen sieben hier war ich sicherlich noch nicht da war ich noch nicht ich muss müssen und noch mal kurz das muss ich mir noch mal kurz umgucken für was die schatzkarten da sind theoretisch heißt es eigentlich dass das schätze oder eine karte hat aber das ist komisch ich gehe schnell noch zu acht wenn er auch nichts ist gehe ich zur letzten Christen dann nicht die letzten hat die Quest gebe ich ab und dann speichere ich aber erstmal gehe ich schlafen dann heilen acht wäre und es wird dunkel und dann wäre ich hier und dann komm wenn hier wirklich was wäre das wäre so mies ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts gleich muss wir das nochmal angucken ich bin bei der anderen Seite ihr habt nichts gefunden ich habe nichts gefunden aber vielleicht verstehst auch noch falsch und sie ja ich hab grad gesehen vielleicht ist es besser dies dass du uns ich muss ja nicht auch alle geheimnisse von links da also egal ah die musik im dunklen hört sich ja schön ach komm jetzt kommende Bücherpreis ach 12 ach das ist aber schön sehr jetzt habe ich wieder drei wie gestorben von Tränen ja das ist schön sehr schön das freut mich aber sehr weil die ich jetzt was mehr gehe ich hier so jetzt gibt es dir ein Zauberwasser nun da habt ihr ja etwas Zauberwasser wenn ich mich nicht irre dann reicht es mir doch bitte Herrn Odot das Zauberwasser geben mir vielen Dank junger Freund wenn wir nun das Zauberwasser mit meiner geheimen inkredit mit vermischen so und wenn wir nun ein paar Tröpfchen davon über die Seite häufen ja so geht es die Tinte ist fort und nun können wir sehen was darunter steht wunderbar dann wollen wir mal sehen was dieses uralte Buch uns über die Geschichte von Stinzpunkt sagen hat nicht hm hier da ist eine Abbildung einer alten Münze das ist das Wappen von Stinzpunkt und das ist da ist da so was faszinierend ja das ist wirklich interessant ach ja hier das ist für euch ein kleines Dank für eure Mühle magisch Samen ein wunderbar mit der Mission Jocke du 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 es schafft hm dieses Muster stammt von einer Münze die gut 300 alt ist und sie ist fasziniert mit dem Wappen von Stinzpunkt und mit dem Königreiches das ist nicht zu kennen dann muss der Spruch einmal eine Verbündeten gehabt haben das verstehe ich nicht wenn es einen solchen Verbündeten geben gegeben hat warum gibt es keine Aufzeichnung dazu hä das ist kein Quest ja wahrscheinlich kommt dieses noch hm 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 du weißt wie bitte einmal von Knüchner Stichsel gehört habe ich weiß nee du hast keinen Namen aber wahrscheinlich ist es der Mann ein Mann mit Brille und das ist ein Mann mit Brille und dies ist wahrscheinlich so Aufzeichnungen oder Geschichts kein Plan was ich gefunden habe ah jetzt auch nicht so besonders aber ja ich habe 60.000 Feiergeister bezieht dann wird endlich auch diesen Part knapp eine Stunde haben wir jetzt aufgenommen genau eine Stunde was der längere Stunde egal dann sehen wir uns beim nächsten Mal adios meine Freunde